Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Heyday In diesem Video möchte ich euch mitteilen, dass der Livestream heute um 19 Uhr losgehen wird Wir möchten The Valley spielen, Farmmanagen, Weizenfarm shoppen Der Shop ist im Moment mega gut und Hauptaugenmerkt natürlich auf The Valley Beziehungsweise das Tal, was ja neu in Heyday ist mit dem Update, was am Montag rauskam Ja, ich hoffe ihr seid dabei, wir werden viel spielen, also 19 Uhr dabei sein Wir würden euch freuen, haut rein, bis gleich!